Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich sehr. Das Haus ist das hier. Okay. Erstmal gucken, was hier für eine Map ist. Ich glaube, es ist... Jedes Mal denke ich mir, geh nicht an den erstmöglichen Gen, den du findest. Bei der Killer kommst du erst dorthin. Er rennt nämlich einmal über die gesamte Map und findet dich. So, wir schauen mal, ob das diesmal auch so ist. Ah, wir sind zu zweit und wir sind recht zügig. Trickstar. Oh. Okay, wir haben hier auch ein Opfer. Okay, wir spielen nicht mit kompletter Manneskraft. Wir haben hier jemanden in AFK dabei. Nicht gut. Das ist so gar nicht gut. Das heißt, wir sind die ganze Runde zu dritt. Hier ist kein Totem in der Ecke. Für die... Ich weiß nicht, ob wir jetzt dorthin retten gehen sollten. Ob wir das riskieren sollten für... Kein Ruin. Für nichts am Ende. Weil die Person wird auch danach nicht weglaufen. Und nur um des Retten Willens... Ach, jetzt ist sie da. Sie ist wach. Sie bewegt sich. Warum winkt sie? Ist das... Ist der Killer noch dort hinten? Winken bedeutet für mich immer noch... Achtung! Killer ist hier! Nicht herkommen bitte. Danke. 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 Jetzt machen wir die ganzen Gents aus den Ecken. Guck mal, ob ich dann hier an dem gehe im Feld. Wurde echt doch gerettet. Okay. Das war Spannungsstoß, oder wie das heißt. Ist das nicht ein Talent vom Demo-Borgon? Ich glaube, ja. Gucken, ob er herkommt. Da haben wir die Katze dabei. Schleicht jemand durchs Feld links. Geht doch bestimmt retten, oder? Wir ziehen jetzt hier einfach die Generatoren durch. Wie schneller die Generatoren an sind... desto besser. Dann haben wir noch oben auf dem Haus den Generator. Dort hinten war noch einer. Und... Ich weiß nicht, wo noch. Irgendwo müsste noch einer sein. Da hinten. Ja, gut. Okay. Okay, ist... Nicht so gut verteilt. Ich weiß nicht, wie das ist. Bleib stehen. Hallo? Bleib doch stehen. Wir gucken mal. Wir versuchen mal, ins Haus hochzugehen. Oder wir gehen mit dort hinter, weil da ist gerade die Näher hingerannt. Ne, wir haben... Doch, wir haben eine Näher. Ich wollte sagen, wir haben gar keine... Äh... Hä? Okay, dann ist doch nicht eine Näher hier hintergerannt. Wo ist hier eine Juli? Er lässt sie fallen. Hat er sich verdrückt? Warum hat er sie fallen gelassen? Okay, niemand geht retten. Okay. Okay. Wieso macht die denn hier den Ausgang nicht auf? Die hätte doch alle Zeit der Welt gehabt. Jetzt liegt die nächste gleich. Sie rennen dort hinten noch rum, wo sie liegt. Da kann ich jetzt nicht aufheben gehen. Oh! Oh, Mist. Ich hoffe nicht, dass er eine eiserne Jungfrau hat. Ich höre keine Luke. Er geht hier auch nicht weg, oder? Ich bin jetzt richtig in der Bredouille. Wenn er eine eisene Jungfrau hat, war es das. Okay. Ich sterbe, Leute. Ich sterbe. Ich kann halt auch nicht mehr vom Haken springen, weil alle raus sind oder tot. Naja. Ich hätte auch einfach zum anderen Ausgang gehen können. Ich habe ja gesehen, dass er hier vorne steht. Die Katze hat geleuchtet. Wir haben jetzt, müssen wir zuerst nicht wegwinden. Drei haben wir eines der drei 학enas damit komplett alleine gemacht przygot of the hunt. An zwei weiteren haben wir mitgearbeitet. Und wir müssen kein schlechtes Gewissen haben. So. Haben wir das auch mal gesagt. Weg. Weg. Weg! So. ثlement. Punkte-Technik ist auch okay. Ja. Ist, ja, hm, gut, ja. Okay. Doofes Ende, aber bis dahin war es eine ganz gute Runde für uns. So. Was hatte er hier? Achso. Okay. Äh, ja, schade. Schokolade. Ende war doof. Aber der Rest hat ganz gut funktioniert. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Lust habt. Bis dahin. Bleibt gesund und macht's gut und adios und adieu. Bye, bye.